Ja, wir machen weiter mit Resident Evil 6, dritte Geschichte. Leider hat es mir die Cutscene letztes Mal schon abgespielt, hat es nicht aufgenommen jetzt. Verdammte Axt. Ich kacke mir an, dass ich wahrscheinlich eine Waffe nicht gesammelt habe in der Hölle. Aber ich mache immer noch gerne dort Hunde. Oh, da kommt der Panzer. Ich kenne die nicht ergeben. Ich mache nicht rein. Die haben wir noch dort hinten die Waffe nicht geholt. Ich hole die. Ah, jetzt können wir nicht triggern. Ich hole die Waffe hier unten. Oje. Das hat sich mutiert. Ich habe es ja demontiert, genau jetzt. Da kommen ja die Waffe hin. Ich habe mir etwas übersehen, wie man das öffnen kann. Oder kann ich den auch da rein schiessen? Jetzt muss ich etwas probieren. Jetzt ist sie weg. Das darf nicht wahr sein. Wie hätte ich denn die Waffe rausgeholt? Ich habe die auch nicht ein letztes Fall gemacht. Jetzt kann ich sie nicht mehr holen. Shit. Diese Waffe kann ich nicht mehr holen. Nein. Die ist weg. Das darf nicht wahr sein. So eine verdammte Scheisse. So eine verdammte Scheisse. Was soll ich jetzt? Was? Wie hätte ich denn die Waffen hier raus holen können? Irgendetwas habe ich übersehen. Aber so viel ich weiss, habe ich die letztes Mal rausgeholt, als ich das gespielt habe. Das ist schon so lange her. Scheibe. Oh, hier unten ist auch noch ein Teil. Welche Sekten? Shit. In diesem Gitter wären das coole Waffen gewesen. Ja, ich kann nicht wieder neu starten. Ja, nein. Ich kann nicht wieder neu starten. Fuck off, fuck off. Ich habe hier irgendwie einen Öffnungsmechanismus übersehen. Das kackt mich jetzt auch. Ich weiss, dass ich das letztes Mal geschafft habe. Irgendwo hat man ein Mechanismus gelobt, ein Hebel kann nicht sein. Ich muss mich wieder auf das Spiel konzentrieren. Komm, 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 komm. Ja, super. Ah, das Spiel hasst mich. Und ich hasse ihn. Ich fühle mich jetzt super ohne die Waffe. Ich weiss nicht, ob es ein Schrot gegangen wäre. Mit diesen Dingen muss man irgendetwas machen. Ja, das wird kein guter Runde. Jetzt kriegst du mich noch. Ich habe zu lange gewartet. Es darf nicht wahr sein, mich verrascht zu nehmen. Oh nein. Oh, kackt. Fuck off. Ich kann sie da nicht aufschieben. Ich kann sie da nicht aufschieben. Ich kann sie da nicht aufschieben. Der kommt schon nicht vorwärts. Einen Mechanismus habe ich verpasst. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Grundscher Scherz Hünzi Hünzi Wappen Wappen Was? Hier ist ein neues Auto. Das ist ein beliebtes Auto. Ah, cool. Es gibt viele Punkte. Aber ich brauche eh 80'000 für die Sonneure. Aber ich habe ja meine guten Waffen. Ich könnte kotz echt. Ich könnte kotzen. Ich habe ja noch 50'000 noch im Ganzen. Hm. Ja. Ja. Alles okay. Verstanden. Wird gemacht. Ganz sicher in die Fabrik. Was hat er gesagt? Ich habe jetzt die Treffpunkt-Koordinaten. Ist nicht weit. Ah, ganz toll. Stürkischer Untraudersau. Oh ja. Oh ja. Oh nein. Das steuert nicht wirklich. Hey. Ähh. Ich muss da noch ein Prämisse erarbeiten. So die Kurve zu kommen. Huh huh. Mhuhu! Super! Ich hätte über die Dächer fahren müssen. Schiessen passiert nichts. Ich konnte nicht die Seile drücken. Ich hoffe, dass ich hier auf dem Weg bin. Guck mir das? Ich hab es mit einem Läger gesucht. Ich bin es ja nicht auf dem Läger gesucht. Ich hab es mit einem Läger gesucht. Ich habe es sehr gut gemacht. Ich habe es richtig gepackt, okay? Ich glaube, es ist ja auch mit dem Läger als Fisch. Was ist das? Ja? Ohhhh. Neeiii. Ah, das ist eine Mini. Das ist eine Mini Pasta eigentlich. Shit. Oh, die Steuerung ist echt der Horror. Fuck. Voll rechts. Ich kann mich nicht halten! Jetzt haben wir sie nur am Ding. NICHT! Alles ok? Ja! Gut gefangen! Ist ihm auch gut? Nein! Ohhhh! Was ist denn? Das ist hier gar nicht übertrieben. Und die Steuung. So sollst du auch steuern? Nein, natürlich. 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 Ein grosses Sterben hier. Die Porense und die Pfarre. Das ist wirklich fast nicht die Steuung. Ich habe das Gefühl, er schiesst es nicht. 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 Ich habe das Gefühl, er schiesst es. Ich habe das Gefühl, er schiesst es nicht. Ich habe genug Probleme. Achtung! Los geht's! Festhalten! Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich hab das Gefühl, ich habe das Gefühl. Das war die Musik hier hinten drin. Alles noch ganz? Scheint so. Dann komm. Scheiße. Bedfield und seine Pfeifen sind wohl auch hier. Jake. Ich habe die Szenen in meiner letzten Geschichte erlebt, aus der anderen Perspektive. Ich fühle mich, dass der Helikopter da sein könnte. Hey! Jetzt verschwindet er noch. Was war das denn jetzt? In Schatzbehörden! Das ist leider die beste Waffe, die ich habe. Ich packe ein Scharfschützergewehr. Ich habe das Stundgewehr nicht. Ich glaube es nicht. Ich habe das Scharfschützergewehr. Ich habe das Stundgewehr nicht. Was wäre es gewesen in dieser Waffe-Kammer. Nein, das durfte doch nicht wahr sein. Auf dem Moment habe ich die Verwundbarkeit aufgelemmt, das muss ziemlich viel Schaden einstecken. Oh, dann werden wir nicht zu wenig Schaden. Das kann ich noch gar nicht machen. Ich glaube nicht, dass es Stundgewehr wäre. Es muss ja auch nicht Stundgewehr das Spiel durchspielen. Das glaube ich nicht. Und jetzt ein Pagadowitzau. Ja, das ist total Bullshit. Was soll ich mit der Pistole machen? Scheisse. Die verschwinden zum Teil. Ganz schräg. Ja, diese Waffe habe ich ja nicht gefunden. Der Granatwerfer. Ich habe mindestens schon zwei Waffen mit entdeckt. In der letzten Geschichte habe ich alles gefunden. Jetzt müssen wir hier oben. Aber das haben wir ja Seh gegeben. Ja, die hier oben. Oder wir sitzen mit dem Scharfschutz. Ne? Ah ja, doch ein Stundgewehr. Oder kann ich das jetzt? Wir schaffen es nicht, die richtigen Waffen zu werden. Im Fall. Das ist Bullshit. Oder kannst du mal einen Heimer. Kannst du mal knallen. Obwohl eine Seite abgeschossen wird. Ja, das ist der letzte. Einmal einen. Das liegt bei den Leuten nicht abgeschossen. Ja, bis ich dann diesen im Ziel habe. Ich dachte, wir müssten hier übernachten. Hier lang. Okay. Jetzt muss ich es von selbst weiter. Das habe ich mir nicht geschafft. Es wird besser. Nein. Halt. Ja. Die Kiste entdeckt. Kein Stress mit der Heli. Das ist ja weg. So, jetzt mal schauen. Jetzt beginnen wir es aufzunehmen. Dann habe ich wahrscheinlich den Granatwerfer nicht aufgenommen. Dann gehen wir noch in eine Kiste entdecken. Jetzt habe ich richtige Kistenparanoia. Schwimbing. So haben wir alles. Und dann wollen wir wieder zurück. Zurück. So, jetzt kann sie hochkommen. Ich werde jetzt mit der Schlange konfrontiert. Mit diesen Würmchen. Der Grashüpfer. Er reicht es jetzt. Ich hole den Heli runter. Wie? Komm bitte! Ja, wenn wir drinnen hätten. Der Granatwerfer. Ich überlege es mir, wenn ich dabei bin. Dann wäre das kein Problem. Der Granatwerfer könnte es runterholen. Was ist das? Wir kehren irgendwann. Hier hoch geht es auf Anfälle. Und hier geht es hoch. Die Frage ist wahr. Wo muss man aus? Chris ist auf dem Dach und versucht den Heli abzuschiessen. Es läuft nicht so gut für ihn, oder? Wo ich rufen muss. Kann ich ihm zeigen, wie es geht? Wir werden hier in den Händen sein. Kann ich ihm ein Händen sein? Kann ich ihm deinen Händen nehmen? OI! Ich denke, die Mitzekocke hier. Ich bin da. Ich denke, die Mitzekocke da. Hm. Es ist meist ein Weg, die brauche ich eh nicht. Es geht um den Bärenkiller. Der ausgerüstet den Bärenkiller. Was ist der Bärenkiller? Was ist der Bärenkiller? Ah, ok. Ich habe es begriffen. Sie haben eine Stunde während einer Granatwerfer. Das kostet wirklich viele Monate. Hier kann ich helfen. Aber wo muss ich, dass ich mich wieder alles verpasse. Mehrere Wege, so wie es aussieht. Aber welche ist richtig? Da hinten ist die Kiste. Wir holen uns drei Stück. Ich finde, wenn ich ihn auf dem Tartplatz... 60 Schuss, die werden da schnell durch sein. Wahrscheinlich zu viele Schuss in den... ...zu viele Scharfschützen. Die werden da vorne, das ist ein anderer Weg. Warum kommt sie nicht hoch? Lieber. Ja, aber sie geht hoch! Ja, diese Nerven sind... Seine Frage ist, ob es in der Hunde... ...eine drauf ging, wo du ihn nach oben kamst. Kack drauf. Das Fanzler kann man leider mitbrauchen. Wir bringen ihn hier nicht. Wir sind wieder hellig wahrscheinlich runter oder was? Ja, die Leiter ist nicht da unten. Okay. Okay. Ich schaue mir mal alles zuerst an. Oder etwas rein. Jetzt auch noch. Das ist der Scharfschütze. Das ist der Scharf. Aus Planeten. Oh. Ich komme da hinten hoch her. Es sind beide hier oben. So, jetzt mal schauen ob ich auf den Heli schiessen kann. Von hier oben nehmen wir nicht. Nein. Wir sind im Helikopter vom Himmel. Super. Nein. Scheisse. Ah. Ich habe das nicht gemacht. Jetzt habe ich noch nichts mitgekauft. Unser Befehl lautet jeglichen Kontakt zu vermeiden. Weiss er, dass Whisker mein Vater war? Ich glaube nicht. Warum? Nur so. Ich habe ihn wohl auf dem falschen Fuss erwischt. Die Leiter habe ich auch nicht runtergebracht mit den ganzen Kisten. Ich weiss ja nicht. Das bringt nichts. Das muss jetzt die Tür nehmen. Mhm. Ja. Wo kommst du da her? Ja. Klar. Amerika ist immer an allem Scher. Wir sind nicht die Bösen, Jake. Diese Terroristen haben auch auf unser Land Biowaffen losgelassen. Ja. Also geht die ganze Welt in Wache. Großartig. Roger? Jetzt kann ich auch keinen mehr. Die Verpuppen sind super. Jetzt wird es noch besser. Schlüpfer. Das kommt dann doch der Eier raus. Ich gehe mal besser aus der Ecke raus. Wo geht es zum Aus... Äh, Spucker. Ja klar. Gib mir, gib mir, gib mir. Dann strah ich mal auf. Eieiei. Ich stöde dich. Fuck mir. Ja. So. Oder auch noch ein Pflänzchen, den ich nicht nehmen kann. Das Inventar ist echt... Pain in the ass. Was sind das da für Pflänzchen? Die brauche ich eh nicht. Das ist aber das nächste, den ich wegschmeisse. Mal einsetzen, die Dinge. Mal einsetzen, die Dinge. Schwupp. Ja. Ich bin nicht. Ich habe den Kopf zu schaukeln. Ich habe da irgendwo ein paar Cases versteckt. nicht nicht Hallo? Ja, wieder so einer. Schön! Hoppa! Schade, wir können nicht noch killen. Es gibt noch 3 Stücke. Wow! Schade, wir können nicht noch killen. Die Frage ist, wenn sie schlüpfen, die Jungs... Und was genau schlüpft? No money? Irgendwo kann ich zufangen. Die Frage ist, wo... Einfach hier. Was zeigt etwas an? Da wäre Leiter gewesen. Schlüpfer. Schüpp! Oh shit. Schlüpfen sie nicht. Die Leute sind noch tief unten. Das ist ja klar. Wir müssen sie freuen. Ja, merci. Hallo, mach auf! Harry, sie ist auf! Hey, hey, hey. Er kann doch die Töre durchspucken, oder? Ja, ich muss ja da drauf tun. Oh, ich habe mich um 8 gegen den. Oh, jetzt kommen gleich zwei. Woher ist der bei zwei gekommen? Oh, hey! Oh, hey! Oh, hey! Schräg! Oh, hey! Oh, hey! Oh, hey! Oh, hey! Das ist da drauf! Aber müssen wir das. Dann müssen wir das... heißen wir das... Hallo, ihr Kleidchen macht. Stopp, stopp Danke, dass du uns mal drauf verwachst. Wenn du sie brauchst, ist dann die Munition wieder verschwunden. Aus, absuchen. Geht sie da hin? Da sind wir gekommen. Und ich habe die Orientierung verloren. Also, dann gehen wir da... Hauf in diesem Fall. Die Kiste ist leer. Die haben wir aber nicht auf. Geht es hier weiter, oder? Aber was finden wir da oben? Ja. Ich weiß nicht. Wir haben eine weitere Gäbnis. Oh, da kommst du da rauf. Geht es anders, gehst du da rauf. Nicht weg, komm jetzt wieder zurück. Fritz! Was? Dann kann ich da nicht rauf. Da kann ich nicht rauf. Da kann ich nicht rauf. Da kann ich nicht rauf. Du 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 rauf. Warum geht das nicht? Kann ich nicht, oder? Nein. Irgendwie können wir da nicht rauf. Du rauf. Den lecken wir halt. Okay. Wenn es dunkel wäre, würde ich im Moment viel Muni finden. Es fehlen zu viel dieser Scharfschützen-Munition im Fall. Ich sollte die mal weg. Nicht gescheitere. Ich habe schon wieder Stromgewehr-Munition mit. Das konnte man früher in den Sinn kommen. So.